Hallo, ich bin Katharina und ich helfe Menschen, die für sie optimale Ernährung mit der traditionellen chinesischen Medizin, der TCM, zu finden. Heute möchte ich dir Tipps für Ödeme bzw. Wasseransammlungen geben. Das heißt, wenn zum Beispiel du unter geschwollenen Füßen leidest oder deine Finger oft angeschwollen sind oder du Augenringe hast, die auch angeschwollen sind, das heißt Wasseransammlungen im Körper hast, was steckt da dahinter nach TCM? Das ist die pathogene Feuchtigkeit. Das heißt, es ist zu viel schlechte Feuchtigkeit im Körper, die sich unter anderem an diesen Schwellungen und Wasseransammlungen zeigt. Und ja, ich möchte dir heute die drei wichtigsten Ernährungstipps aus Sicht der TCM dafür geben, wie du diese verbessern kannst. Und ich möchte dir auch Mut machen, das funktioniert oft wirklich schnell, wenn du ein paar Wochen, ein paar Monate, so isst, wenn ich dir gleich vorschlage, dann kannst du diese Wasseransammlungen wirklich ganz gut in den Griff bekommen, auf jeden Fall wesentlich verbessern. Und das erlebe ich immer wieder bei den Teilnehmerinnen in meinem Online-Programm, im Trust Your Body zum Beispiel. Der erste Tipp lautet, is weniger kaltes. Das heißt, meide bzw. reduziere alles, was sehr abkühlend wirkt, zum Beispiel alles aus dem Kühlschrank, aber auch kalte Getränke zum Beispiel, Joghurt wirkt sehr abkühlend, zu viel Rohkost. Also Rohkost ist natürlich nicht verboten in der TCM, aber sie wirkt halt abkühlend und damit auch befeuchtend. Ich sage dir gleich, warum das so ist. Und da gibt es auch eine ganz gute Faustregel bei der Rohkost, und zwar je wasserhaltiger, desto kühlender und befeuchtender, also desto ungünstiger bei Ödemen. Das heißt, Tomaten und Gurken sind zum Beispiel abkühlender und befeuchtender als ein Apfel oder eine Karotte. Die Verdauung funktioniert in der TCM mit dem Verdauungsfeuer. Und wenn wir zu viel kaltes, abkühlendes, rohes essen und trinken, dann wird mit der Zeit das Verdauungsfeuer geschwächt und unsere Verdauungssuppe in unserem Bauch wird zu kalt. Die kalte Suppe kann dann nicht mehr verdampfen, so wie die Verdauung eigentlich funktionieren sollte aus Sicht der TCM, nämlich dass die Verdauungssuppe verdampft und damit Qi entsteht und uns die Nahrung auf die Art Energie gibt, sondern die kalte Suppe bleibt dann stehen. Wie auf dem Herd, wenn du den Kochtopf abschaltest und die Suppe aufhört zu dampfen. Diese kalte Suppe ist nichts anderes als die Feuchtigkeit, die sich dann im Körper verteilt. Die sinkt dann eben zum Beispiel runter in die Beine und du bekommst dort geschwollene Füße. Und das heißt, wenn wir die Feuchtigkeit abbauen wollen, wenn wir die Ödeme, die Wasseransammlungen verringern wollen, müssen wir das Verdauungsfeuer wieder mehr nähern, mehr stärken, indem wir mehr warm gekocht essen und weniger kalt und roh, damit die Suppe nicht zu kalt wird. Ja, was habe ich erwähnt? Schon Joghurt, zu viel Rohkost, vor allem die wasserhaltige Rohkost. Orangensaft ist auch zum Beispiel sehr ungünstig. Mineralwasser ist sehr abkühlend. Günstig ist, warmes bis heißes Leitungswasser zu trinken. Je nachdem, was du für eine Qualität hast bei dir zu Hause. Auf jeden Fall warmes, lauwarmes bis heißes Wasser. Zum Beispiel in der Früh, gleich nach dem Aufstehen, empfehle ich gerne ein Glas heißes Wasser zu trinken. Das regt gleich dein Verdauungsfeuer an und hilft dir, sanft die Feuchtigkeit abzubauen. Der zweite Tipp lautet, meide die stark befeuchtenden Zutaten. Das heißt, neben den zu kalten Zutaten gibt es noch ein paar Nahrungsmittel, die aus Sicht der TCM besonders befeuchtend und verschleimend wirken. Und die solltest du halt auch stark reduzieren, eine Zeit lang zumindest, beziehungsweise am besten länger auf Dauer, um die Feuchtigkeit abzubauen und keine neue zu erzeugen. Dazu gehören die Kuhmilch, der Käse, vor allem der weiche Käse, das Joghurt, das wir schon erwähnt hatten, als auch sehr kühlend. Dann Weißmehl. Weißmehl ist nach TCM stark befeuchtend. Der weiße Zucker und überhaupt zu viel Süßes. Das heißt, auch von den gesunden süßen Nahrungsmitteln, den natürlich süßen Nahrungsmitteln wie Trockenfrüchte oder Honig, die sehr wertvoll sind, auch die sind im Übermaß gegessen und nur zu viel Süßes essen. Auch die erzeugen dann Feuchtigkeit, weil der süße Geschmack prinzipiell einfach befeuchtend wirkt. Und dann kommt es immer auf die Menge darauf an. Und außerdem wirkt befeuchtend alles, was sehr fettig ist, zum Beispiel frittiertes Essen, also in Fett herausgebackenes Essen, öliges Essen und so weiter. Und Banane zum Beispiel auch, also Südfrüchte wirken auch stark befeuchtend. Wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwas vergessen, aber das waren die wichtigsten. Wenn du das schaffst, diese zu reduzieren, zumindest stark zu reduzieren, du musst nicht unbedingt ganz darauf verzichten, dann wirst du sehen, dass deine Ödeme es dir danken werden und weniger werden. So, und der dritte und abschließende Tipp ist noch, mehr trocknende Nahrungsmittel zu essen. Das Tolle in der TCM ist ja, wir können Nahrungsmittel als Medizin verwenden, als Therapie. Und jedes Nahrungsmittel hat eine bestimmte Wirkung. Unter anderem gibt es eben auch Nahrungsmittel, die trocknend wirken auf die Feuchtigkeit. Und da möchte ich dir jetzt nur ein paar als Beispiel nennen. Ich blende dann einen Link noch ein, wo du noch eine Liste findest, mit mehr Nahrungsmitteln, die Feuchtigkeit ausleiten. Beispiele sind bestimmte Getreidearten, nämlich gekochte Hirse, Polenta, Reis leiten Feuchtigkeit aus. Auch Gerste leitet Feuchtigkeit aus. Dann Pilze und Champignons leiten Feuchtigkeit aus. Und Hülsenfrüchte, das heißt Linsen und Bohnen, die werden in der TCM speziell auch in eigenen Rezepten empfohlen, um Feuchtigkeit auszuleiten. Aber Achtung, isst diese nur, wenn deine Verdauung sie gut verwerten kann. Das heißt, wenn du Hülsenfrüchte nicht gut verträgst, sondern mit Blähungen etc. reagierst, dann lass sie lieber weg. Und isst mehr von den anderen Sachen, die Feuchtigkeit ausleiten. Bestimmte Gemüsearten gehören da auch dazu, wie der Brokkoli zum Beispiel oder Kohlsprossen, also Rosenkohl. Gut, das waren die wichtigsten Tipps. Das heißt, zusammengefasst, versuch zwei, im Idealfall drei gekochte Mahlzeiten am Tag zu essen. Meide alles, was zu abkühlend ist, beziehungsweise zu viel Rohkost und kalte Getränke. Und meide vor allem die stark befeuchtenden Zutaten, wie Kuhmilch, Weichenkäse, zu viele Brotmahlzeiten, habe ich noch gar nicht erwähnt. Und Weißmehl und Zucker. Gut, dann, wenn du mehr dazu wissen willst und wirklich deine für dich passende Ernährung finden willst mit meiner Unterstützung, dann lade ich dich herzlich zu meinem Online-Programm Trust Your Body ein. Das drei Monate dauert mit einem Diagnose-Fragebogen am Anfang und vielen tollen Dingen, die dich begleiten bei deiner Umstellung. Ich blende da wieder den Link ein. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss.